Atemlose Jagd ohne Gnade. Ein Weltklasse-Film. Spannungsgeladen wie Dynamiz. Nächstes Mal bringen sie dich um. Was riskiere ich denn schon? Ich weiß, wo das Medaillon ist und sie nicht. Hast du es denn noch? Nein. Wer hat es denn? Ein Geheimnis umgibt diese exotische Schönheit. Entspreche ich ihren Erwartungen? Die Hölle von Makao ist voller Gefahren. In der jeder Ecke lauert lächelnd der Tod. Wer schickte die Mörder? Skrupellose Gangster und eiskalte Abenteurer liefern sich tödliche Duelle. Ein Leben gilt wenig in Makao. Sie haben ihn heute Nacht aus dem Hafen gefischt. Ertrunken? Verbrannt. Und zwar mit einem Schneidbrenner. Und wer war das? Männer ohne Gewissen. Und Frauen ohne Moral. Weißt du, ich möchte nicht, dass du darin verwickelt wirst. Du hast doch ein Päckchen für Danny in Verwahrung. Gib es mir. Es geht um Millionen. Der Schatz ist chinesisch. Damit ist der Eigentum unseres Volkes. Natürlich. Aus dem Grund wurde er ermordet. Es sind noch andere interessierte Parteien. Ein Ausstattungsfilm ohne Beispiele. Treibt auch Sie ein falsches Spiel? Okay, her mit der Medaillon. Nur wir zwei wussten, wo es war, Lilly. Sie sind eine bittere Enttäuschung für mich, Mr. Walder. Die bitterste meines Lebens. Pinto? Ich habe das dunkle Gefühl, dass Sie Ihre Enttäuschung sehr bald vergessen. Ein lächelnder Götzel bewacht das tödliche Geheimnis. Die goldene Spur führt ins Verderben. Die Hölle von Makao gibt niemand mehr frei. Okay, Schluss jetzt. Weltstars in einem unvergleichlichen Abenteuer. Ein glatter Tausch. Das hier für Lilly. Ein Fassfilm, der alle Erwartungen übertrifft. Hart, überraschend und exotisch. Ein Film, der alle Wünsche erfüllt. Blickstil.